Hier könntest du dich erst verletzen, wenn du die Beine brechen weisst. Danke. Ja. Danke. Hier ist ein Grossvater. Ist er da unten? Nein, genau. Guck mal an die Hände. Ah, ja du. Nein, ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ja. Wenn du nicht, wenn du nicht gehst, schaffst du nicht. Du bist spät, meinst du? Spät? Weiß ich, aber. Füße däufig, ja. Sonst hat man hauptsächlich im Bett in Bausch. Ja. Hauptsächlich im Bett in Bausch. Hauptsächlich im Bett in Bausch. Heute Morgen bist du ausgestattet? Ja. Weisst du, da ist eine Reise. Nein, mit dem Patekandel. Ja. Kannst du schnell ein paar Biele machen? Okay. Dann können wir mit. Jillian. Ja, die auch. Jillian. Jillian. Jillian, lass Fin. Hallo. Hallo. Ja. Hallo.